Der Tiroler Kaiserwinkel. Mekka für Aktivurlauber, Seeliebhaber, wie Wellnessfans und auch Genießer hochwertiger regionaler Produkte. Perspektive wechseln, um dabei stets den Blick auf den See zu haben, egal ob auf Hügel oder hochalpin am Berg. In Kaiserwinkel lässt sich der Tag mit einer ausgiebigen Yoga-Session an der Seepromenade mit Blick auf das Glitzern des Walchsees richtig starten. Oberhalb von Schwendt liegt die Stubenalm mit eigener Käserei. Von den weiten Almwiesen der Stubenalm hat man einen schönen Blick hinüber zu den schroffen Wänden des wilden Kaisers. Dazu gibt der Senner der Alm nun einen kleinen Einblick. Grüß euch auf der Stubenalm. Wir liegen da auf 1031 Meter. Wir verarbeiten die ganze Milch von den 40ern hier in unserer eigenen Käserei. wo der gute Käsnahrt zu 90% nach Deutschland verkauft wird. Im bayerischen Raum. Da haben wir noch einen kleinen Ausschank dabei, weil das einfach mitläuft. Weil viele da runterkommen, einen Käs kaufen, und die möchten sich noch stärken. Nach der Kostprobe laden die weiten Almwiesen auf eine Wanderung ein. Wem das Wandern oder eine gemütliche Bootsfahrt zu wenig Action bietet, der wird bei den möglichen Outdoor-Aktivitäten im Kaiserwinkel sicher fündig. Bei der Rafting-Tour auf der Großache geht es nicht nur zur Sache, man lernt auch eines der schönsten Flusttäler Tirols, die Entenlochklamm kennen. Auf einem gespaltenen Felsen oberhalb der Klamm findet man außerdem die Wahlfahrtskirche Klobenstein. Auch das Paragliden ist in Kössen ein großer Trend. Einer der Fluglehrer zeigt uns seinen Hausberg ein wenig näher. Grüß dich und servus vom Unterberg hier in Kössen im wunderschönen Kaiserwinkel. Ich bin der Leo oder Leander genannt von Next Outdoor Generation, ein Dungeon-Pilot hier am Berg. Zudem bin ich aber auch noch Vizepräsident von unserem hier sessigen Paraglider-Club, vom Delta-Club Kaiserwinkel. Wie ihr seht, wir haben reges Treiben hinter uns. Wir richten momentan gerade die Startsmeisterschaft in Paragliden aus und zudem auch die österreichische Paraglider-Liga. Wir haben 100 Piloten am Start. Unser Berg ist einfach genial zum Fliegen, der Unterberg. Es spielen da einige Faktoren mit. Also grundsätzlich mal die Infrastruktur. Man kann direkt am Lift parken, fährt mit dem Lift hoch und innerhalb von zwei Minuten ist man dann eigentlich schon am Startplatz zu Fuß und kann dann in die verschiedensten Himmelrichtungen starten. Und zudem macht auch die Form des Unterbergs eine ganz spezielle Sache. Das heißt, die Sonne kann eigentlich Ost-, Süd- und Westseite super aufheizen, ist felsig und wir haben dadurch super Thermik und können schöne lange Flüge machen. Also auch mit Thermik weit über eine Stunde, mit Thermikflug und dann dem Flug, wenn ihr das wollt. Ich hoffe, ihr kommt zu uns und genießt auch einmal die Vogelperspektive im Kaiserwinkel. Der Kaiserwinkel ist mit einer herrlichen Umgebung die zweitgrößte Golfregion Tirols. Ein Paradies für Golfer. Der Walchsee bildet mit seinem Alpenpanorama das Herzstück des Kaiserwinkels und lädt im Sommer mit bis zu 24 Grad zum Baden ein. Rund um den See findet man das eine oder andere nette Strandlokal, wo man zum Ausklang gemütlich ein kühles Getränk genießen kann. So lädt das Wander-Outdoor-Wasserparadies im Nordosten Tirols zum kaiserlichen Urlauben bei uns ein. So lädt das Wander-Wasserparadies im Nordosten Tirols zum kaiserlichen Urlauben bei uns ein. So lädt das Wander-Wasserparadies im Nordosten Tirols zum kaiserlichen Urlauben bei uns ein.